Achtung, Achtung, das ist ein Bordealarm. Achtung, Achtung, das ist ein Bordealarm. Achtung, Achtung, das ist ein Bordealarm. Achtung, Achtung, hier spricht Ihre Feuerwehr. Es besteht Gefahr aufgrund von Hochwasser. Der gesamte Ort muss evakuiert werden. Informieren Sie sich über das Lokalradio, das Internet oder die Warn-App Nina. Wenn Sie Ihr Haus nicht selbstständig verlassen können, wählen Sie sofort den Notruf 112. Achtung, Achtung, hier spricht Ihre Feuerwehr. Es besteht Gefahr aufgrund von Hochwasser. Der gesamte Ort muss evakuiert werden. Informieren Sie sich über das Lokalradio, das Internet oder die Warn-App Nina. Wenn Sie Ihr Haus nicht selbstständig verlassen können, wählen Sie sofort den Notruf 112. Eins, zwei. Achtung, Achtung. Hier spricht die Feuerwehr. Aufgrund einer Gefahrenlage durch Überschwemmung werden folgende Ortsteile sofort geräumt. A, B und C. Bitte beachten Sie folgende Handlungsempfehlungen. Meiden Sie das betroffene Gebiet. Bringen Sie persönliche Wertgegenstände in höher liegende Gebäudeteile. Schalten Sie Strom und Heizungen in gefährdeten Räumen ab. Eine Stromschlaggefahr besteht bereits bei Kondenswasser. Liegt der Stromkasten im überfluteten Raum, betreten Sie diesen nicht, sondern informieren Sie die Feuerwehr. Nehmen Sie nur das Notwendigste mit, insbesondere Ausweise und Bargeld. Gehen Sie bei Überschwemmungsgefahr nicht in Keller oder Tiefgaragen. Fahren Sie nicht durch überflutete Straßen. Schon eine geringe Wasserhöhe kann die Steuerung behindern. Informieren Sie Ihre Nachbarn. Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.